Hi Leute, das ist ein Testvideo des Sony Xperia Z Ultra in der Maximalauflösung, also Full HD. Wir sehen das schöne sonnige München, hier ist richtig Partystimmung. Ja, was soll ich sagen, wir werden mal ein bisschen zwischen Himmel und Helle her wechseln, um zu gucken, wie sind die Farbübergänge. Außerdem müsst ihr gucken, wie ist das mit der Bildstabilisierung und wie hört ihr mich. Heißt, sorgt das zweite Geräusch unterdrückende Mikrofon dafür, dass ihr wirklich nur mich hört und nicht viel von den Umgebungsgeräuschen oder hört ihr leider viel von dem Mist. Ja, das sollte jetzt erstmal als Testvideo gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch überzeugen von der Qualität, ja oder nein. Wie ist das mit der Scharfstellung, wie sind die Details, Farben, sagt es mir. Vielen Dank für eure Zeit, ciao.